hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen lustigen heiteren runde creativerse am donnerstag zusammen mit dem herr bär hallöchen und der little miss louis hallo da wusste sich jetzt aber anstrengen ja ja hallo hallo ihr macht euch voll lustig über mich niemals auch hinter dir und vor dir neben dir eben so sand ist fertig hast du sand gemacht schön ja wo steht hier wenn man kies ganz lange zerbröselt wird das sand ja ja so ist das ist aber wahr passen jetzt alles und wenn man kohle ganz lange drückt wird diamant raus da lacht sie ja kannst du mal sehen ich lache oh no meine plow ist voll im klo meine plow ist kaputt einfach nur sagen meine plow ist kaputt hätte nicht gereiht ah was bist du denn feral pixie die sehen ja jetzt auch ganz anders aus ich höre immer mal pfeffer mit pixie ja das auch so ich glaube das sollte erst einmal geniegen zwei stück nee ich hab warte sag ich dir gleich was ich alles gesammelt habe ich hab hier jetzt quasi eine folge anderthalb folgen fast durchgesammelt und bin zu dem ergebnis gekommen was sind die halbe folge her äh die ganze meine ich stimmt die erste zähle ich komplett mit weil ich mich da auf den weg gemacht habe achso und die halbe die halbe ist jetzt hier die deswegen ich sagte doch fast eine halbe das ist doch jetzt ansatzweise eine halbe fast halt wenn wir weiter diskutieren sagt er jetzt ist eine halbe jetzt ist es eine ganze kommt gleich ja was hast du alles gesammelt erzähl mal genug natisse hast du gut gemacht ach ja muscheln sammeln ist toll ähm du sagst du kriegst glaube ich auch nur eine muschel pro weiß ich nicht ich hab 17 muscheln ähm ja äh ich hab hier irgendwo was zu schreiben liegen moment den stift hat er jetzt ja den stift der ist hier komischerweise gespawnt hm 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 du kriegst echt nur eine muschel so dann gehen wir doch mal eben gucken was wir noch brauchen oder wie viel wir von was brauchen ja lalalalalalala sand mhm sinn sand aber ich glaub 80 muschern reichen erstmal äh ja ich glaub schon ja ja ich glaub schon wir brauchen 25 mal stufen du brauchst noch einen einzigen sand das ist hier klar für den für den für den für den ja ein einzigen sagen 798 liegen und 799 braucht man ich habe dort bei mir was aber abgehakt wenn ich jetzt sage dass sie den cornerstone rausnimmst nach sand reinstellen aber das sage ich habe noch 8 und 22 block was was ich hab noch ein 8 und 22 blog ich habe jetzt ich habe noch 28 22 22 block was 265 slips schlapps 173 watt schreddit lief was haben wir hier nicht so wollte ich kann meine schrift gleich nicht mehr lesen und schreibt doch so selten der heutzutage immer schrecklich weißt du doch gar nicht so da geht sie doch gar nicht 288 mal das shit weil das sieht irgendwie creepy aus diese ganzen pebbles hier unten bei mir hier in meiner pyramide dreimal tür und dreimal tür dieser auszug geht mir gerade auch auf den piss weil der klang gerade an die ganze zeit der was das ist das ist dieser tastaturauszug hier das verletzen ja 3 mal gut flur 156 fenster ja ich glaub sehr wohl Was für viele Fenster. Whatever. Puscheln. Hier sind Puscheln drin. 29 Stück Bärchen. Gut, Fenster. Puscheln brauchen wir auch 7 Stück. Dann nehme ich 7 raus und dann... 4 Holz... Sind das nicht mehr so viele, ne? 22 Stück. 4 Holzkisten. Kisten. 2 mal Holzstuhl, Holzkopf. Holzkopf. Haben wir schon. Holzstuhl. Einmal Tisch. Einmal Tisch. Einmal Tisch 17 bitte. 34 Wildflower. Oh, hätte ich ja gleich mitbringen können. 34. Obwohl, die haben wir glaube ich noch. Wildflower. Ich habe eine Wildflower in meinem Inventer. Genau eine. 33. 33. 33. Faggeln. 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 Kann man bitte. 134 Gras besorgen. Hört sich falsch an. Aber 134 Gras besorgen. Du hast kein Gramm dazu gesagt. Also es klingt jetzt nicht falsch. Okay stimmt. 534 Mal Gras. Musst du zum Martin, der hat noch. Voll Gras? Ja. Da habe ich neun Stück hier in der Kiste. 533 Mal. Wie viele Wildflowers brauchen wir? Moment. äh 34. Ich habe hier 37. So. Und eine Spezialaufgabe für die Little Miss. Oha. Shaw- Äh. Shawwood. 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 Shawwood Leaves. 533 bitte. Okay. Wir haben ganz viele hier in der Nähe. Aber gut. Ja. Bitte. Bitte. Und ein. Ein Bett. Ein Bett. Gott. Einmal Table. Wood Table. Yes. Gemacht. Gut dann kann ich ihn raus. Besonders. Das klingt so. John ich habe hier ne Bestellung. Einmal Burger mit Pommes dabei. Und die Kette hab ich nicht vergessen. Und die Kulmaten kannst du auch runterpacken. Aber dafür echt so viel gucken drauf. Und Sunny noch den Kaffee möchte ich auch noch dabei haben. Und du vergisst den Koffee. Die Klee war es aber dabei. Letztes Mal hast du mich ja entkonfiniert. Und der Kress war sauer. Das war nicht so schön. Stell dir mal vor der wäre wach gewesen. So und dann hier auch noch die Tasten. Die machst du jetzt auch nochmal fertig hier. So danke. Einmal Bett. Ein Bett oder zwei Betts? Ein. Zwei Betts. Ein Bett. Ein Bett hab ich auch. Wie viele Stühle? Äh. Zwei. Zwei hab ich. Das ist lustig. Das Haus ist für zwei Personen eingerichtet. Ein Tisch, zwei Schüler. Aber nur ein Bett. Das ist für eine Figelbude. Das ist für eine Figelbude. Wie viele Zäune? Hast du jetzt zwei Stühle? Ja. Zäune. Ähm. 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 Da. 117. Oh. Scheiße. Ja. Mach ich durch. Ähm. So du das ordentlich. Och Gott ey. Wenn's kein Bett. Dann bin ich froh, dass ich nicht mit Rezepten gearbeiten muss. Bett. Kein Glück. Ja. Sei froh. Eine Tür brauchen wir auch? Ja. Nicht nur eine. Drei. So braucht ihr drei. Aber zwei. Die Wunden-Doors? Bungalow-Doors, ne? Die Bumblebee-Doors. Die mach ich aber die Sachen. Ja. Okay. Die einfache macht er. Den Rest machst du. Die einfache macht er. Ja, ja, genau. Ja, da wo du nicht so viel brauchst. Achso. Wollt ihr nur helfen? Danke. Ich hab doch gesagt, du machst die einfach anders. Also die, die nicht so viele brauchst, ne? Wie viel Holz haben wir denn? Wir brauchen 349 Holz. Wie viele Zäune brauchen wir? Oh Gott. So, das sind 396 Holz. Wir brauchen 117 Zäune. Übrigens, meine liebe Zuschauer, wenn die beiden zu Ikea hingehen und einkaufen, klingt das genauso. Nein. Schlimmer. Wie viele Tische brauchen wir? Einen und vier Stühle. Nicht vier Tische und einen Stuhl. Nee, noch elf Tüle gewesen, aber gut. Ja, warum hast du nicht erst geguckt? Hier ist eine Truhe. Eine Truhe hab ich auch. Wir brauchen... Äh... Na doch, 156 Fenster? Ich hab hier ein 99er und ein 47er Stack Fenster. Ja, nicht ganz. Das ist ein bisschen weniger. Das sind genau zehn weniger. Die wir brauchen oder die wir haben? Die wir brauchen. Also zehn weniger, die wir dann haben, als wir brauchen. 99er Stack nehm ich mal mit und... So, ich hab jetzt ein 99er Stack Fenster und ein 37er Stack Fenster. Reicht das? Musst du zählen? Weiß ich nicht. Wir brauchen insgesamt 156. 31 Fackeln. Abgesehen davon mach ich ja auch noch was. Ja, kannst du mal sehen, wie anstrengend das ist? Ja, ich sehe in deinem Herz sehr gute Zeit. Ich will gleich den Stift zurück. Bitte? Ich will gleich den Stift zurück. Wie viele Zauern brauchen wir, Mann? Hab ich dir jetzt zum fünften Mal, sag ich dir das jetzt. Hundert... Nee, gar nicht wahr, Entschuldigung. 117. Entschuldigung, nicht fünfmal oder, ähm, Entschuldigung, falsche Zahl. Falsche Zahl, ich wollte 156 sagen, aber so viel Fenster brauchen wir. Die macht mich konfus hier, die Frau. Ich hab jetzt 267 Zäune. Ja, das ist doch viel zu viel, wir brauchen nur 117. Anstatt 100 Zäune mehr zu machen, hättest du aber lieber Fenster rausmachen sollen. Keine Fenster, aber dafür genügend Zäune. Ja. Mann, 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 Mann. Stühle brauchen wir nur zwei. Ach, Gottchen. Weißt du denn auch welche Stühle? Butchers. Butchers. Ich glaube, Holz hatte ich genug mit, ne? Eins, zwei, drei, ja, reicht. Eins, zwei, drei, reicht. Sechs. 25 Stufen brauche ich jetzt noch. Okay. Und die Bungalow-Dorsch. Die Bungalow-Dorsch. Brauchten wir nicht auch Shredded Leathers? Ja. Da müssten aber noch einige, ähm... Äh, äh, da, 173 bitte. Ich hab 57. Me Lady. My Lady? 188, 98 hab ich jetzt. Was? Shredded Leathers. Ja, reicht. Was? 198 hab ich jetzt. Ja, weiter. Shredded Leathers. Mehr Input. 173 brauchen wir, du hast also genug. Gut. Dann brauchen wir aber noch, wo du gerade dabei bist. Wir brauchen noch, äh, wo hab ich's denn aufgeschrieben? Äh, da. 288 mal Tetched Wall. Also manche Wörter hier, ne? Sind meine Figuren eigentlich noch da? Deine Figur? Wie sagt's? Weiß ich nicht, was du zugenommen? Hallo, du hast jetzt nicht darauf zu achten, ob irgendwelche Figuren von dir da sind, sondern darauf zu achten, dass wir die Sachen zusammenkriegen, Mann. Ich hab sie aber liebevoll getamt und es sind zwei Sreck-Figuren. Arschloch 1 bis 6. Ja, bei dem Namen wunderst du dich, dass sie nicht bleiben? Ja. Weiß gar nicht, wann hast du auch so ein Map? Arschloch 1 bis 6. Jo, 1, 4, 3, 5 und 6 ist noch da. Gute Treppen haben wir. Also Tetched... W-W-W-W-W-W-W. Nein, Tetched Wall. Wie viele? 288 immer noch. 128, scheiße. Was brauche ich dafür? Äh, Shredded Leaves. Scheiße. Ja, hau doch welche da, ähm... Ja, Momente, 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 Momente. Ach nein, scheiße, jetzt hab ich... Ah, fuck. Willst du, du bringst mich voll durcheinander, ich hab das Falsche durchgespricht, Mann. Bumulur, Bumulur. Ich seh schon. Am Ende der Aufnahmesession, die wir haben, Kira am Lachen und Neo am Weinen. Ich kann gar kein Tetched Wall. Warum nicht? Doch, kann ich. Ja, was denn jetzt? Was so faul war, das zu lernen damals. Eine Rutsche ist. Oh mein Gott, eine Rutsche ist. Bodner, Holzkisten. Wie viele brauchen wir? Was, Holzkisten? Ja. Hab ich jetzt vier gemacht. Ich hab eine gehabt noch. Ja, nicht so egal. Fackeln haben wir, glaub ich, auch, oder? Hab ich die nicht gemacht? Ja, haben wir. Gut, kann ich durchstreichen. So, also. Ich hab jetzt... Stufen haben wir auch. Mann, warum hab ich das nicht durchgestrichen? Ey, das ist ja... Ist nicht so einfach so eine Liste zu führen. Ja, vor allem nicht, wenn du im Nacken sitzt. 256 Slaps brauchen wir jetzt noch. Okay. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Lalalala, trinken Sie mehr Wasser. So, Folge ist rum, ne? Ja Eine Folge nach dieser brauchen wir auf jeden Fall rum Ja, auf jeden Fall Schön mit Cola Oh ja Dann würde ich sagen Ich hoffe es hat Ihnen wieder gefallen Meine sehr verehrten Damen und Herren Und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein Wenn es wieder heißt, lustiger Spaß Bei Creativerse mit dem Herbär LP und der Little Miss Luis Bis Samstag, auf Wiedersehen Was warst du denn hier? Achso Oh mein Gott Tschüss Tschau Tschau